Die Herausforderung Möbel, die nach den eigenen Vorstellungen und individuellen Bedürfnissen gebaut werden, sind teuer und erfordern Fachwissen und einen langen Planungsprozess. Ein Schreiner muss einen Entwurf machen, dann geht der Schreiner in die Planung, kalkuliert alles und dann kann er eigentlich erst zum Kunden gehen und ein Angebot machen. Die Lösung RokinLab hat mit FormBar eine Plattform für die digitale Möbelfertigung 4.0 entwickelt. Der Nutzer kann dort mit einem intuitiven Interface kostengünstig individuelle Möbel gestalten und auch direkt in Auftrag geben. Er öffnet das im Konfigurator, in unserem 3D-Konfigurator, kann sich das von allen Seiten angucken, kann die Maße einstellen, das Material auswählen und dann kann er es verformen. Dazu haben wir ganz einfache Punkte, Formkurven quasi, an denen man zieht und dadurch verformt sich das Regal. Das Besondere Die Kombination aus intuitiver Bedienung und individuellen Designmöglichkeiten, die auch freie Formen möglich machen, ist schon eine echte Innovation. Dazu kommt die transparente Kostendarstellung in Echtzeit und auch ein Ansprechpartner in der Nähe. Es ist ein dezentrales Fertigungsnetzwerk, das heißt wir produzieren regional in der Nähe des Kunden und somit hat der Kunde auch einen Ansprechpartner, gerade für Möbel vielleicht, die etwas komplexer sind. Der Markt Der Online-Möbelmarkt boomt. In den letzten Jahren wurde ein Wachstum von teilweise über 50 Prozent verzeichnet. Individuell gestaltete Möbel sind dabei noch die Ausnahme. Die Möglichkeiten Möbel darzustellen werden immer besser und mit Software wie Formbar werden sogar Möglichkeiten plötzlich geboten, online sein Möbel in 3D frei zu gestalten. Man sieht sein finales Produkt einfach am Bildschirm zu Hause zu jeder Zeit, am Tablet oder am Smartphone. Der Online-Möbelmarkt Der Online-Möbelmarkt Der Online-Möbelmarkt